Wir haben lange zurückgeschaut. In den letzten sieben Jahrzehnten seit Ende des Zweiten Weltkrieges hat jedenfalls kein deutscher Außenminister die Möglichkeit gehabt, hier im französischen Ministerrat vorzutragen die deutsche Sicht auf die Dinge, die Konflikte in der Welt, auf den Stand unserer nachbarschaftlichen Beziehungen. Au sein du Conseil des ministres, à un moment où il y a de telles tensions en Europe, eh bien, je ne sais pas si tu as eu la même réaction que moi, mais moi, c'est une des choses très émouvantes que j'ai ressenties. – Sous-titrage ST' 501